Wieso regst du dich überhaupt so auf? Wir bringen den Tsunami nach London. This is the third Magic Mike. It's gonna blow people's minds. Magic Mike, come zurück auf die Bühne. Auf jeden Fall. I'm just excited that Magic Mike got to come to London. This is a place where we can really redesign what Magic Mike actually is. Das kostet es doch nicht. Wie viel ist das in Dollar? Wird er, lässt man dann in Ull weg? So süß. This is a fish out of water story. Gibt es in Miami auch eine pulsierende Theaterkultur? Ja, für eine angemessene Summe kriegt man es so pulsierend wie man möchte. We never got a street club this time we have a theater. The clapping brand. I love that we're shooting it. It's a whole different thing. Mike is trying to evolve the genre. Wir werden diese Ladies aufwenden mit einer Welle der Leidenschaft, die sie noch nie zuvor gespürt haben. That's beyond special. Wir werden sie noch nie zuvor gespürt haben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020